Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion und ja, wahrlich in Oblivion sind wir. Wir erkennen es am Himmel, wir erkennen es an der Landschaft und wir erkennen es an den feindseligen Bauten hier, die uns ständig mit Feuer beschmeißen. Ja, wir sind zu Hause in Oblivion. Nein, sind wir nicht. Nichts mit Home Sweet Home. Hier heißt es nur Kämpfen oder Sterben. Ansonsten ist man hier des Todes, eines grausamen Todes, um es mal so anzumerken. Zwischenspeichern nicht vergessen. Die Türme alleine sind nämlich schon sehr giftig. Da sind schon wieder zwei Gegner auf einem Haufen. Warum? Warum müssen es immer mehrere Gegner sein? Ich verstehe das nicht. Ich versuche die Spinne mal ein bisschen anzulocken. Die beschwört immer so eine kleine Spinne. Die haben nicht viel auszusetzen. So, ich glaube, hier müssten wir vor dem Sturm Atronaschen in Sicherheit sein. Da kann ich die Spinnendetra angehen. Oh, sie hat uns gelähmt. Allerdings nur für sehr kurze Zeit. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, unsere Geschicklichkeit hat Schaden erlitten. Das ist hingegen nicht so gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es nur ein Debuff ist und der wieder vorbeigeht. Oder ob wir halt jetzt Pech haben und es dauerhaft bleibt. Ich gucke mal kurz nach. Der Debuff müsste jetzt wieder weg sein. Ne. Ist nach wie vor nur das Charisma, was beschädigt ist. Ich muss mal gucken, was ist das überhaupt genau für ein Effekt, der das Charisma schwächt. Sehe ich ja, glaube ich, wieder hier. Entzug Persönlichkeit. Grünspore. Die Krankheit nennt sich wohl Grünspore. Ja, okay. Da muss ich dann mal bei Gelegenheit bei einer Kapelle oder sowas vorbeigehen, um da das zu heilen. Gut, aber wir sind immer noch relativ gut beisammen. Unsere Gesundheit ist schon fast wieder oben. Ich denke, wir können den Sturm Atronaschen da angehen. Es kommt ja, glaube ich, nichts anderes dazu. Hoffe ich zumindest. Pfuh. Widerstanden. Ah, ah. Na komm schon. Na, na. Ich glaube, bei denen ist Blocken echt ganz effektiv. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht, aber hier lohnt sich das Blocken wirklich. Aua. Na gut, ich müsste natürlich blocken. Na komm, na komm. Schlag zu. Willst du nicht? Ja, ich kann auch. Die warten teilweise offenbar. Einfach immer, bis ich die Blockhaltung niedernehme wieder. Aber bitte. Bitte. Sei denn eben so. Ich schaffe euch auch so. So ist das ja nicht. Ha. Oh, gut. Und nach wie vor pflücke ich natürlich auch so viele Pflanzen, wie hier nur gehen. Weil man diese Sachen hier ja nur auf diesen Ebenen bekommt. Oder halt bei Alchemisten. Aber da kann man sich nie darauf verlassen. Deswegen wirklich so viele mitnehmen, wie nur geht. Und da drüben ist schon wieder so eine kleine, kleine Insel. Und das sind auch Gegner. Sprich, da müsste man doch irgendwie hinkommen. Oh, ist das hier weitläufig. Das ist ja krass. Kann ich da auch einfach rüberlaufen? Ich meine, ein Stück weit müssen wir ja durch die Lava hier kommen, denke ich mal. Oder das Magma. Ich frage mich halt nur, ob wir dann wieder so gut zurückkommen. Ich gucke nachher nach. Ich werde jetzt erstmal hier diesem Weg weiter folgen. Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt theoretisch einfach nur... Das ist ein bisschen fehlerhaft hier teilweise. Wo man hier durchgehen kann. Ich könnte einfach nur zu diesem Riesenturm da gehen. und der Sache ein Ende bereiten. Aber das wäre ja langweilig. Ich meine, wir wollen hier ein bisschen kämpfen. Wir wollen Loot abgreifen. Das ist ja auch immer wichtig. Oh, aufpassen. Hier hat es Fallen. Massenweise Fallen. Ja, aber damit wäre klar, wo wir hin müssen. Ich denke, der Eingang vom Turm müsste irgendwo hier sein. Oh, sieh an. Da ist auch eine weitere Höhle. Und ein Gegner. Kurz zwischenspeichern. Ich muss sagen, ich habe mit Vorsicht echt ein bisschen nachgelassen. Weil ich merke schon, ich komme hier wirklich wieder relativ gut durch. Das ist echt nicht so ein Riesenproblem. Wie auch schon. Das sage ich immer wieder. Aber es freut mich halt echt, dass wir das wirklich jetzt gut hinbekommen. Und sieh an. Ich sehe hier noch keinen Eingang. Womöglich geht es hier unterirdisch irgendwo durch. Ah, ich sehe schon. Ich denke, wir müssen da rein, um in den Turm zu gelangen. Es gibt hier wohl schlichtweg keinen Eingang. Und da hinten müsste dann wieder das andere Obliviontor sein, richtig. Ja, wir sind jetzt also ein wenig im Kreis gelaufen. Aber es ist doch ganz gut, das mal auch herauszufinden, wo es hier so ungefähr lang geht. Gut. Ja, gut. Und wirklich, Zwillingsobliviontore. Wir sehen es hier gerade. Da hinten war das eine und hier ist wieder das andere. Hier gab es doch aber auch irgendwo einen Tunnel. Ich möchte da auch gerne nochmal reingehen, bevor ich weitergehe. Und was wir auch machen können, ist jetzt wirklich auf diese... Oder ist das diese Ebene da? Warum war denn da noch ein Gegner? Habe ich einen Gegner übersehen? Ist das möglich? Hm. Na gut, aber wir müssen uns jetzt auch nicht alles angucken. Wie gesagt, den Tunnel da möchte ich mir noch gerne einmal ansehen. Alter, könnten wirklich ein paar nette Dinge drin sein, wenn wir Glück haben. Jetzt frage ich mich gerade nur, wie bin ich denn da... ...her hingekommen? Ach so, nö, das ist schon... Ach, wisst ihr was, Leute? Wir lassen das. Wir lassen das. Ich werde versuchen, in den Turm vorzudringen. Es muss ja jetzt nicht wirklich jedes Obliventor so lange dauern. Es ist schon okay, wenn wir hier jetzt ein wenig weiter gehen. Ich vermute, wie gesagt, dass wir in diese Höhle da hinein müssen, um den Eingang zum Turm zu finden. Zumindest ist das naheliegend. Und seht mal, wie wenig Schaden die Türme machen. Ach, ich liebe unseren Ring. Unseren neuen Ring, der uns da wirklich sehr gut hilft, durch die ganzen Sachen hindurch zu kommen. Relativ unbeschadet. So. Gut. Ja, gehen wir mal hinein. Gucken, wer da so drin wohnt. Es werden wohl keine sehr netten Leute sein, oder irgendwelche anderen Kreaturen, die uns Gutes wollen. Nein, im Gegenteil. So. Hat man nun schon gehört? Ich höre Kampfmusik. Mal gucken, was da um die Ecke kommt. Na? Hat es keine Lust, zu uns zu kommen? Boah. Okay, es ist so ein Typi. Na gut, in den Eingang scheint er auch wieder relativ Mühe zu haben. Oder die Gegner relativ Mühe zu haben, uns gleichzeitig zu attackieren. Ja gut, okay. Ist ja egal, auf was ich da drauf haue. Nein, aber es dürfte uns nicht erwischen. Das wäre elementar. Ah, ihr blöden... Das ist so unfair. Wenn dann halt die Gegner einfach ständig zurückstoßen und man nichts mehr dagegen machen kann. Finde ich echt nicht ganz fair. Ja, ich muss auch wieder einen Lebenstrang nehmen. Das wird sonst nichts hier. Oh, 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 oh. Wo bist du denn? Ich habe dich verloren. Hier. Hier. Wir haben noch genug davon. Ich habe noch nicht mal welche hergestellt. Wir haben nachher so noch eine Menge Potenzial. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Oh, da ist er tot. Sehr schön. Dann können wir uns wieder dem hier widmen. Der ist ja auch schon fast tot. Ja, und jetzt ganz tot. Ebenholzkriegs-Axt wieder. Wir können aber keine weitere tragen, wenn ich mich nicht täusche. Nö, nö, nö. Den Rest lasse ich für andere Sachen noch übrig. Wirklich wertvolle oder sehr nützliche Sachen. Ja gut, das ging ja jetzt. Da wäre der Heiltrank, glaube ich, nicht mal wirklich nötig gewesen. Ich gucke dann noch ganz kurz, wenn ich nochmal geheilt habe, wie es mit unserer Rüstung und der Waffe aussieht. Scroll, scroll, scroll. Das alte Spiel. Ein wenig Reparatur ist vonnöten. Oh, ein wenig viel Reparatur. Aber da kommen wir jetzt nun mal nicht rum. Geht nicht anders. Autsch. Das wird knapp mit den Hämmern. Das sehe ich doch kommen. Ein weiterer Grund, weswegen wir jetzt vielleicht nicht die ganze Ebene ablaufen sollten. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir noch ein bisschen Hammerpotenzial haben. Wenn wir dann im Turm angelangt sind. So. Und hier hat es doch noch mehr Gegner. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Das wäre ja lächerlich. Aber es gibt weiteren Loot. Diedrisches Kurtschwert. 22 Kilo. Ach, das können wir uns noch. Ich denke, das dürfte hinhauen. Und Gold gibt es dazu auch noch. Ja, unser Goldsäckelchen füllt sich so allmählich wieder. Oh, da unten warten doch weitere Gegner. Da kann man mir doch nichts vormachen. Ich habe sie doch schon gehört. Oder täusche ich mich? Nö. Da ist wieder so ein Typ. Na, hier mit eurer Magie. Warte, ich werde dein Haustierchen gleich mal erledigen. Und er hilft auch gleich tapfer mit. Ey, was soll denn das? Na, warte. Jetzt geht es dir an den Kragen. Au, die machen so enorm viel Schaden. Ist ja krass. Aber wir machen ihm auch viel Schaden. Der Detrahemmer tut da wirklich sein Werk. Oh, und guck mal, wie wir ihn zurückstoßen. Autsch, tut er allerdings auch. Na, komm schon. Wunderbar, sehr schön. War kein magischer Kriegshammer. Aber gut, wie viel Schaden richten diese Kriegshammer eigentlich aus? 25. Ne, die Detrah-Kriegshammer sind wirklich die stärksten. Ist das also wirklich so? Und ich bin begeistert. Wir kommen hier echt gut durch. Auch mit dem Nachheilen haben wir jetzt noch überhaupt keine Probleme. Ich muss auch echt kaum blocken. Ich kann einfach draufhauen. Die werden recht gut zurückgestoßen mit dem Kriegshammer. Dann sind die praktisch tot. Haben wir denselben Effekt, wie der Klinf hier vorher auf uns hatte. Dass wir uns kaum noch bewegen konnten und immer wieder angegriffen wurden. So, wir können auch schon weiter. Auch hier unten, denke ich, ist gleich wieder ein Gegner. Soll ich noch einen Heal abwarten oder gleich loslegen? Gut, jetzt können wir sowieso wieder heilen. Frisch ans Werk, würde ich mal sagen. Okay. Dieser Raum scheint verwaist. Vielleicht kommt weiter vorne noch was. Hier ist nochmal eine Schote. Eine fleischige, leckere Schote. Mit Gold darin. Gold ist immer gut. Gold ist immer nützlich. Und wir sind wieder hochgeheilt. Ja, das ist ja hervorragend. Das ist ja wirklich super. Hier scheint auch alles vermehrt leer zu sein. Ich bin ein bisschen bewundern, dass es hier so weit runter geht. Das heißt wohl, dass es eventuell doch nicht in den Turm führt. Aber wie kommen wir denn sonst rein? Ich weiß es gerade echt nicht. Vielleicht geht es auch dann wieder nach oben. Und wir haben doch Glück. Da ist wieder so ein... Ich weiß immer noch nicht genau, wie die heißen. Ach, bitte. Ein Feuerball. Hast du nichts besseres drauf? Na los, lass mich wieder dein Tier schittieren. Oh Gott, bin ich erschrocken. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht gut. Verdammt, verdammt, verdammt. Drei hätten es jetzt echt nicht sein müssen. Das wird jetzt etwas schwerer. Zumal diese elenden Viecher hier bei jedem Schlag zurückstoßen irgendwie. Wieso heile ich mich denn nicht? Ein wenig zurück und heilen. Unsere bewährte Taktik. Wenn es mal etwas brenzlig wird. Beschädigen die sich etwa auch selbst mit den Waffen? Kann das wohl sein. Ich werde mich auf alle Fälle wieder mal mit ein paar Tränken versorgen. Zum einen Ausdauer wieder herstellen. Und dieses Mal benutze ich ein Schild. Oh nein, da war auch ein Federtrank dabei. Ich depp. Ich sollte das Zeug wirklich ganz durchlesen. Aber was soll's, was soll's. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir können auch gleich einen Lebenstrank wieder nehmen. Da müssen wir nicht mal so sparsam mit sein. Wie gesagt, ich kann noch eine Menge herstellen. So, jetzt versucht mal mich noch zu erledigen. Na, eure Chancen stehen schlecht, Leute. Haut ihr etwa auf mich drauf? Ist das wohl so? Oh nein. Sie hauen auf mich drauf. Wie schlimm. Wie grausam. Ja. Und so einfach kann das sein. Mit Tränken. Mit guter Ausrüstung. Da sind selbst drei Gegner auf einmal kein Problem mehr. Ja gut. Irgendwie ganz beruhigend. Aber es ist der gute Trank natürlich weg. Und das Schild nützt uns jetzt überhaupt nichts mehr. Ah, das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Ich werde es hier auch gleich mal noch... Wobei, warte mal. Ich muss reparieren. Das ist dann doch nötig. Nee. Falsch. Was mache ich denn? Hier sind die Hämmer. Ja, doch. Zumindest kann ich den Hammer relativ schnell und gut reparieren. Aua. Nur noch sieben Stück. Das wird übel. Das wird übel, Leute. Das wird wieder übelst knapp. Am Ende werden wir wohl, wenn es so weiter geht, ohne Rüstung wieder zurückkehren. Fünf Stück nur noch. Das ist doch nicht euer Ernst. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Tatsache. Hier ist schon das Tor. Die nächste Tür. Jetzt sind wir hier ein wenig voreilig weitergegangen. Und ich konnte gar nicht alles durchsuchen. Na gut. Aber zumindest scheinen wir damit durch die Höhle durch zu sein. Oblivion-Höhle. Oh, vielleicht geht es in einen nächsten Trakt. Okay. Das ist auch möglich. Au. Blöde Pflanzen. Elendes Zeugs. Das wäre ganz nett, wenn irgendwo ein Hammer drin wäre. Das wäre echt Hammer. Gut, okay. Aber hier sind wir durch. Wir können also weitergehen. So, nochmal. Versuchen die Herada-Wurzeln zu pflücken. Bei einer hat es sogar geklappt. Und dann geht es mal weiter, würde ich mal meinen. Noch haben wir ja Zeit. Ja, eine weitere Höhle mit einem Sturm-Adronagen darin. Komm her. Hör auf, dich hier davon zu machen. Das bringt dir eh nichts. An dir kommt sowieso nichts vorbei. Oh, wie der down geht. Kommt es euch an, Leute. Wie er down geht. Herrlich. Aber er schlägt auch ganz gut zu. Komm. Deine Magie nützt dir nichts. Lächerlich. Nein. Also es ist wirklich, es liegt jetzt wirklich nur an unserer doch beträchtlich besseren Ausrüstung, dass wir hier so locker durchkommen. Ja. Und wie ihr seht, es lohnt sich wirklich halt damit gut zu haushalten mit dem ganzen Zeugs. Ich mache mir jetzt gerade echt Sorgen um unsere Hammer. Das ist das Einzige, was mir Sorge bereitet. Weil eine kaputte Rüstung nützt uns natürlich überhaupt nichts. Mal sehen, mal sehen. Wie sich das hier noch so verhält. Und ich merke auch gerade, mit dem Federtrank sind wir deutlich schneller. Oh, ein Deodret. Oh, die stoßen natürlich dennoch zurück. So, jetzt bin ich dran. Pam, pam, pam. Stirb. Los. Geht raus. Oh, Schaden machen sie nach wie vor. Komm, na komm. Traust du dich nicht? Haha. In die Waffe beißen nützt dir nix, du komisches Krokodil. Oder was du darstellen sollst. Eine Art Eidechse und Krokodil in einem Körper vereint. Scheint es wohl zu sein. So, jetzt aber wieder nach der Rüstung gucken. Meine Güte. Ich brauche dringend die größte Beherrschung, wo ich dann keine Hämmer mehr verbrauche. Ansonsten fühle ich mich da nie sicher. Und fürs nächste Oblivientor werde ich mir wohl auch mehr Hämmer als 15 besorgen. Das reicht einfach nirgendwo hin. So wie das momentan aussieht. Weil wir sind noch nicht mal im Turm. Wir haben echt schon fast alles verbraucht und sind noch nicht mal im Turm. Hallo, wo geht es hier weiter? Spinne ich jetzt? Hä? Ich bin verwirrt. Wir kamen doch hierher, oder nicht? Und es müsste noch irgendwo eine Tür sein. Bin ich falsch abgebogen, oder wie? Das hier habe ich schon durchsucht. Nö. Das müsste eigentlich irgendwo hier sein. Habe ich mich nicht gründlich genug umgesehen. Ich habe den Eingang irgendwo gesehen. Hier vielleicht? Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ich war doch sicher irgendwie wieder nur blind. Von wegen blind. Hier geht es nicht weiter. Warum nicht? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Hm. Okay. Ist das auch so eine Höhle, wo man nur runterspringen kann? Und dann hier wieder raus zu gelangen? Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. Ich gucke nochmal, aber ich befürchte, da ist echt nichts. Ja, genau. Seht ihr da oben? Da geht es wohl rein. Und es könnte sein, dass das diese andere Höhle ist, wo man durchs andere Oblivion-Tor reinkommt. Genau, das könnte sein. Aber wie kommt man dann in den Turm hinein? Das wäre dann die nächste Frage. Ja gut, dann war das hier ziemlich umsonst, weil dann hätten wir hier gar nicht reingemusst. Haben wir eine Menge Hämmer umsonst verschwendet. Hier geht es ja auch nirgendwo weiter, ne? Das sind nur diese zwei Türen. Lass mich, du blöde Pflanze. Es bringt dir eh nichts, mich zu treffen. Ihr macht zu wenig Schaden. Ich bin unbezwingbar von euch. Na gut, ich sollte wie gesagt den Mund nicht zu voll nehmen. Es werden schon noch Gegner kommen, die durchaus das Potenzial haben, mich zu töten. Auch hier ist nirgendwo ein anderer Durchgang. Ich sehe zumindest nichts. Ja. Schöner Mist. Schöner Mist. Meine Hämmer leiden und ich bin hier völlig falsch unterwegs. Aber wo geht es dann zu diesem Turm? Wo geht es denn da wohl hin? Das sieht hier schon ein wenig nach Fundamenten des Turms aus. Aber nützt uns natürlich wenig. Wenn es uns nicht hochführt in den Turm. Aber wir werden das schon irgendwie herausfinden. Da bin ich zuversichtlich. Zumindest haben wir hier schon ganz schön aufgeräumt. Und ein paar tote Deedra sind immer gut. Oh, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Die Tür ist ja direkt da. Direkt vor uns. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte, bin ich wieder verplant. Ich gehe direkt gegenüber der Tür in eine Höhle. Und weil ich vermute, dass da besagter Eingang zum Turm ist. Ja, genau. Und ja, das scheint wirklich so zu sein. Das war der Kampfmusik. Von wo? Von da. Was bist du denn? Ein Bogenschütze? Ja, ein Bogenschütze. Mal gucken, was der so drauf hat. Au! Er trifft zumindest. Selbst rückwärts. Kommst du da bitte wieder runter? Ich glaube es ja nicht. Spielt er hier die Bergziegel? Uh, Deedrische Zackenpfeile. Da richten wir sogar wir. Haben einiges an Schaden mit an. Und sieh an, der hat sogar Rüstung dabei. Ist die besser beisammen als unsere? Vielleicht mal kurz gucken. Ha, nicht so unbedingt. Sieht es alles recht gut aus. Können wir also hier lassen. Wobei, was wiegen die denn? Okay, ich habe jetzt natürlich keine wirkliche Referenz, weil wir noch immer den Federtrank aktiv haben. Aber gerade die... Nein, die Stiefel eventuell noch. Die Stiefel könnten wir uns vielleicht mitnehmen. Hm, aber 1350, da werden wir nicht mal die maximalen 1200 bekommen. Nee, ich lasse das mal hier. Ich nehme einfach weiter hier diese relativ leichten Sachen mit und kümmere mich darum. So, liebe Leute. Ich werde mich da nochmal gleich kurz... Ah! Ah, Leute. Ich habe da noch was gefunden, was wir erkunden können. Das nimmt mich doch jetzt schon Wunder. Gut, okay, ich muss auf meine Hämmer Rücksicht nehmen, aber ich kann nicht widerstehen. Es geht nicht, Leute. Tut mir leid. Aber das erst in der nächsten Session. In der nächsten Folge. Diese ist hier wieder zu Ende. Jetzt wissen wir ja zumindest, wo der Eingang ist. Wir wissen, dass wir... Oh, was ist denn jetzt los? Es klingt lauter als vorher irgendwie. Wir wissen, dass wir mit den Gegnern relativ gut zurechtkommen. Von daher kann ich euch beruhigt einen guten Tag wünschen und euch das nächste Mal willkommen heißen. Ja, tschüss zusammen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.